Willkommen zurück bei The Crew Beta mit mir, dem Hain und dem guten Martin, machen wir die Folge jetzt hier, also dieses Rennen noch hinten ran oder ist jetzt schon eine neue Folge? Nein, es ist eine neue Folge. Achso, das haben wir letztes Mal nicht gesagt. So, wir haben gerade das Rennen wiederholt, mit Gold abgeschlossen, nicht zumindest, weil ich geil bin, weil wir jetzt mal die Taktik raus hatten und fahren jetzt hier das nächste Rennen. Was gibt's denn? Aufhängungsstufe 3. Yes. Die Mission beginnt gleich. 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 Verstecken hilft nichts. Du entkommst deinen Verfolger nur, indem du sie abhängst. Entkomme den Cops. Geil. Oh, plus 3 machen die Teile bei mir. Alle? Hm, außer das letzte macht plus 3. Boah, Tür ist sogar offen. Die Zeit dauert los. Muss jetzt nur einer von uns entkommen, oder? Beide. Außer du bist zu meiner auch da eingestiegen, aber glaube ich nicht. Oh, das ist eine krasse Sequenz. Ja, kann ja sein, dass es reicht, wenn nur einer entkommt. Achso. Das ist wieder individuell, glaube ich, ne? Ist ein Spoiler drauf? Ich muss dich schützen. Okay. Schütz mich, Martin. Ich versuch's. Boah. Da ist nur noch einer hinter dir. Sehr gut. Du weißt, wie man den los wird, oder? Schnell fahren, nicht geschnappt werden, so in etwa. Du musst außer Reichweite dieser Ideen. Je länger sie du dich sehen, desto mehr lassen sie von dir ab. Aber wenn du vor ihrer Nase runterabfährst, oder ein Crashbaut, ganz knapp. Ne, ne, jetzt habe ich's abhängig. Nein, oh mein Gott. Wieso kann man da nicht durchfahren? Ich habe das nicht wieder. Oh, ich hänge hier übrigens rum. Nein. Ich komme wieder zu dir. Toll beschützt. Was hast du getan? Jo, du glaubst also automatisch, ich hätte was angestellt, hä? Schuldig bist du mir was das Gegenteil, hä? Nein, nein. War nur so dahingesagt. Beruhig dich, Mann. Ich will nur scheiß. Ich bin schuldig. War nur nicht klar, was sie diesmal von mir folgen. Du darfst doch kaum jemand hinter dir sein. Bleib weit weg, warum kann ich so radisch nicht so groß. Boah, das ist knapp. So, jetzt bin ich dann komm erst mal. Erster. Zweiter. Bam, Stufe 5. Dido. Danke, dass du mich so krass beschützt hast, Martin. Effekt plus 24. Jo, alter. Du bist, Stufe 43. Silber habe ich noch. Ich habe Bronze. Boah. Boah, 46 habe ich jetzt. Ist ja voll übertrieben, oder? Der Anschick auf einmal. Oh, ich habe fast 10.000 gehabt. Noch mal. Nein. So was mache ich nur, hä? In Privat-Sessions dann? Aber nicht mehr bei der Beta. Nee. Sicher nicht, wenn alles gelöscht wird. Okay, Mann. Gute Arbeit. Show dir dir was. Gute auch so schön, weil ich ziemlich gute Startautos. Oh. Jo. Cool. Gibt's was Neues? Ich hab voll vor dem Klast bewahrt. So, wo geht's lang? Ich schnapp ihn mir, wenn du dein Tattoo hast. Nächste Mission. Das Duell. Bla, bla, wenn du dein Tattoo hast. Und zwar müssen wir das Duell fahren. 1,8 km. Du bist Troys' neuer Fahrer, hä? Du bist das 510 Tattoo. Wer bist du? Ein Ersatz. Falls du mich nicht auf die Geste schlägst. Du bist den Ort auf deiner Karte. Das waren auch lange Polizisten. Ich bin die Gartenpumpen herbeigefallen. Du warst bestimmt da. Hast du auch wieder einen anderen Weg angezeigt? Nein. Ich hab ne Ahnung, wo du gerade bist. Ach, da bist du. Geht nicht in Karte? Nein, ich würde nicht in Karte gehen. Ja, ich versuch mal zu entkommen. Ich würde mal zu entkommen. Ich würde jetzt schon mal starten, sag ich ja. Ich bin verhaftet. Kein Korb für diese Mission. Na gut. So. Es gibt kein Korb für diese Mission? Nee. Senduell. Na gut. Dann machen wir die individuell. So sieht's aus. Du für die Twitch-Zuschauer. Und ich für die... ...ultrakrassen. Ihr zwei habt Streit. Das ist nicht gut für mich und meiner. Ich muss einen meiner Männer nach St. Louis schicken. Das läuft folgendermaßen. Der Sieger wird befördert. Der Verlierer nimmt als Lektion fürs Leben und der Stress ist vorbei. Drei, zwei, zwei, eins. Gau, gau, gau. Ja, klar, sicher. Boah, da können wir keinen krassen Speed. Was war das? So ein Drakren. Wow. Ist ja wirklich hart. Gold. Ich hab gewonnen. Ja. Das ist nämlich... Du denkst hier, Alter, ein krasses Rennen jetzt. Ein dickes Duell durch die Pampa. Gold. Yeah. 18.000. Bam, Stufe 4. Differential. Für... Ach, Beschleunigung. Tempobonus. Plus 5. Hammer. Gute Zeit. Gute Arbeit. Und jetzt hör zu. Detroit gehört mir. Keine Frage, ich will expandieren. Fahr nach St. Louis. War ja ganz schön heftig. Ich hab da was für dich zu tun. Hätte ich viel lieber mit dir zusammen gefahren. So, wir müssen jetzt anscheinend eine kleine Reise machen. Nach St. Louis. Warte mal kurz. Und? Wie läuft's? Gut. Troid zieht nach St. Louis und mich benutzt er als Waffe. Sieht so aus, als stünde dir eine Reise bevor. St. Louis? Sieht so einen Wegpunkt für St. Louis. Ich verfolge dich von hier aus. Oh, und sei vorsichtig mit Troy. Er hat einen jübeln Ruf. Super. Ich melde mich. Nach St. Louis. Wegpunkt setzen. Und es sind 24 Kilometer. Leck mich an der Reise. Fahren wir die Chili nebeneinander, sagst du? Wo du bist? Ich weiß ja, ich seh dich allerdings noch nicht. Ach da, jetzt wirst du vor mir gespawnt. Okay, ein Duell ein. Wer zuerst da ist. Warte, wir halten. Diese Ampel hier. Wenn die Ampel... Oh, die Ampel schleht sich ja um, oder? Ah ja, die Ampel. Perfekt. Oh, da ist ein Auto vor dir aber. Super. Sobald Grün ist okay. So. Oh, du könntest hier ein Auto zwischen. Noch mehr Rennfahrer hier. Ist klar. Ich seh's nicht. Ah, los geht's. Nach links. Und die Bullen. Oh, der ist mir gegen... ...gegen gefahren hier. Ja, gut für mich. Hat auch ne denkbar ungünstige Ausgangsbeziehung. Oh, ich bin gegen den Baum gefahren. Ich bin gegen den Baum gefahren. Sehr gut. Hast du hier eine andere Schreckenführung als ich? Manchmal. Ah, shit. Autos überall vergabens. Fall wogegen, Hein. Ich bin gegen den Auto gefahren gerade. Oh, ist ja ein Duell. Spring in die Landezone. Oh nein, vorbeigefahren. Verdammt. Das mach ich auch. Wohin? Da neben gefahren, leider. Ach da. Und... Er hat Gold geschafft. Und weiter geht's. Oh mein Gott, wo bin ich? Ausstatten. Nein, fortfahren. Oh, jetzt brauche ich irgendwo anders. Wie dumm ist das denn? Oh, deiner Sied zählt. Na gut, jetzt hast du irgendwo angedrungen. Und dann wird sie wieder verfolgt von der Polizei. Ah, dafür habe ich ein neues Teil. Irgendwas mit plus 3 wieder. Nois. Oh, Autogramm. Verkommen. Verstanden. Verdächtiger hat sich hier verhaftet und alle Verfolger abrückt. Wo bist du? Da ein Kilometer hinter mir, sagst du? Ja, ein Kilometer. Ich schwebe auf dich. Wäre so langweilig sonst. Wollen sind in der Nähe. Sind wir schon da? Ne, nur gerade durch. Jetzt ist das Rennen hier langweilig, weil ich nicht so viel Vorsprung habe. Oh, ich hatte keine Challenge. Fahr schnell und bleib auf der Straße. Tempotest 5, öffnen. Fahr schnell und bleib auf der Straße. Warum ist der Goldmedaillengeist? Scheiße, schaffe ich nicht. Silber, oh ganz knapp, Silber. Bronze, hab ich gehört. Silber... Hast du auch nur Silber geschafft, ja? Ja, war ganz knapp gewesen. Ausstatten, plus hier irgendwas. Tempobonus. Äh... Wie viel hast du jetzt eigentlich? Ich braute dich irgendwo hin. Weiß ich nicht. Da, nicht auf. Was war 50? Oh, noch ein Duell hier. Sag mal diesmal. Das ist ein Trümmerer. Diese virtuellen Dinger aber immer nur noch. Jaja, diese virtuellen Dinger da. Oh, du kannst mich durch? Ne, ich nicht auch. Vergeistert. Oh, nur ein Haus. Machst du's auch, ja? Ah, ich bin auch. Ja, ich mach's auch. Ah, finde ich ganz cool, ne? So zwischendurch, wenn man's zu tun hat. Ja. Oh, der Goldmedaillengeist ist auf einmal vor mir. Nein. Einen hab ich verpasst. Habe ich auch einen verpasst. Zwei verpasst. Und wir gerade aber? Oh, der Grün geht's ja weiter. Schon wieder einen verpasst. Oh, scheiße. Stufe 6 auf die... Dein Wagen ist ein Wrack. Kommens HQ zur Reparatur. Ich hab Bronze bekommen. Mein Wagen ist ein Wrack, sagt sie. Ja, ich hab gar nichts bekommen. Doch, Bronze hab ich bekommen. Plus 3. Ich hab jetzt 55. 59 hab ich jetzt. Fortfahren. Neu. Neu aufsitzen. Neu aufsitzen. Neu aufsitzen. Ich fahr jetzt einfach so weiter. Es gibt zwar nix mehr, aber ist mir egal. Was siehst du nicht mehr? Vielleicht die ganze Zeit das Zeug da im Bild. Achso. Oh, ich fahr weiter. Na egal. Fortfahren. Dass ich irgendwelche krassen Challenges verpasse. Noch seh ich keine. Neu laufen Kühe über die Straße. Wie im echten Leben. Alles wird aus Hack gemacht. Alles wird aus Hack gemacht. Ist ja gar nix los ey. Doch da vorne. Mal Slalom und noch irgendwas anderes. Zwei Sachen. Oh, Slalom ist scheiße. Hier. Machst du durch. Oh, Slalom. Wo Slalom? Ja, Slalom. Neu. Neu. Ich schmeiß mal nen Unfall davor. Neu. Oh. 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 Bronx habe ich schon mal. Ich fahr mal. Ich fahr mal durch den Dinger durch. In Statt. Ja, Gold geschafft. Nice. Stufe 4. Bremsen. Bremsbonus. Werte das gedacht. Der Bremsen kriegst nen Bremsbonus? No. Ich war nicht ganz so guldig. kurz schauen ob ich inzwischen die hallo schreibt da hallo ganz schön weiter weg war naja noch sechs kilometer von 24 neue mission die vorne was ist das geschwindigkeitsdingen rechts und es ist aber schnell und bleibt auf der straße muss schneller sein der goldtyp ist vor mir bronze hab ich hallo auto silber auch geradezu silber geschafft und stufe sechs ich lang sie ist nicht mehr ausstatten und was bekomme ich gewichtsreduktion beschleunigungs bonus zu weit gefahren die rute vorne abbiegen müssen das zeigt ja nicht an wenn du die belohne kriegst also doch eigentlich zeigte mir oben das ding immer noch an ja gut sind wir hart ab hier oh meine karte ist gefahren glaube ich die leuchtung ist neu fährt angerufen warte mal ganz kurz ja leute ja ist doch ganz nett hier wie gesagt die Detroit ist für einen mann meines formates zu klein geworden wir machen uns in st louis ist ein paar schon fast da da ist auch die v2 ich weiß wo ist der martin? da vorne alles? hast verstanden? da bin ich wieder habe vorbeigefahren? mutter hat angerufen da bin ich wieder hallo? achso jetzt höre ich dich hier hallo hab dich mal angeschubst du wolltest nicht weiterfahren nein das ist also st louis so wie ich es kenne karte alter karte alter nochmal so dann wird heute das rennen gewonnen easy easy Martin ja das stimmt ja hast gewonnen ich bin gleich da ich muss nur noch schnell einen sprung machen hier ich habe gar keine chance nicht mehr gesehen zwischendurch nein nur bronze nicht mal doch bronze naja neue reifen fluss 1 immerhin niemand hat hier einer nur akzeptiert level down bla bla so du hast mich jetzt zurück und annehmen sehr schön das letzte renn danach muss ich weg 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 ja naja tragen helfen was aus schnitt ich will schnitt aus schnitt schnitt töt bis das schon wieder das schon wieder hallo in den das war ist du bist du da ich bin da ja da bin ich sehr schön weggeballert jetzt verdammte schnitt 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 ich bin jetzt hier auf den auf den auf den schnitt 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 ich kann dir helfen hebe einfach nur die arm in die Höhe da bin ich wieder welcome back schnitt schnitt aus und er hat einen hartgegen schön nochmal dagegen nein ich wollte dich dagegen schubsen du bist ja recht vorbeigefahren einfach wieder im drift gewesen nach session lol Ich hab ihn eigentlich noch mal gestopst von hinten. Geil aus, oder? Geile Blätter! Das riech wahrscheinlich nur Bronze oder so. Erster. Silber. Oh, ein Chip-Tuning war bestimmt. Steuergerät. Tempobonus. Besteuerungsbonus. Ausstatten. Obwohl du 10.000 hast. Ja, ja. Komisch, wa? Guck mal, Zeit ist gemeinsam und die Schaden teilen wir uns. Bonus. Das mach weiter. Ohne Abzug aber. Rückkehr zur freien Fahrt. Ja, ich würd sagen, es war auf jeden Fall diese wunderschöne... Wahrscheinlich gibt's noch ein Video. Fahrt. Schillibidi. 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 Der hast schon weiter gefahren, ne? Ja. Ja. Ja, wir achten eh so eh drauf. Wenn es so die Zeit angeht, wie wir uns nicht mehr so groß sind. Okay. Okay. Also. Mehr Skypes holen, desto besser. Oh. Hallo Polizei. Wurde gefangen. Sehr gut. Ich hab die Polizei gerade. Und sie ist gerade weggespawnt. Warum. Alles klar. Gut. Also dann bis zum nächsten Folge. Tschüss. Tschüß. Tschüß.